Wie bekommt man den Frontsänger in Heyday? Das ist diese schöne Dekoration zur Feier des 12-jährigen Geburtstages von Heyday. Rock'n'Roll Geburtstag ist am Start und diese Dekoration bekommt man nur auf zwei Arten aktuell. Die erste Art ist, dass man sich diese Kisten hier im Shop holt für 59 Diamanten und daraus diesen Frontsänger bekommt. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, also 9% wenn man, ja, eine Kiste öffnet. Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe dadurch auch den Frontsänger schon zweimal bekommen. Ich habe den jetzt auch schon zweimal. Ich kann euch auch mal zeigen, wie der nochmal aussieht. Und währenddessen der zweite Weg ist, dass ihr auf das Angebot wartet, weil es wird jetzt bald noch im Shop ein Angebot mit Diamanten und Geld kommen. Das könnt ihr dann einfach für Echtgeld kaufen und dann könnt ihr die Dekoration auch bekommen. Ein bisschen schade, dass man diese Deko nur mit Diamanten oder mit Echtgeld bekommen kann, weil man möchte ja schon das Sammelbuch auch gut vervollständigen. Aber das sind die beiden einzigen Wege, wie man den Frontsänger bekommen kann. Also entweder durch diese Überraschungsbox oder durch das Angebot, was bald noch hier im Shop erscheinen wird. Wenn ihr den eingibt oder wenn ihr was kauft, dann denkt gerne an den Creator Code. Danke ihnen, das macht eine riesen Unterstützung. Und wir versuchen jetzt mal den Frontsänger zu bekommen, indem wir drei Kisten nochmal öffnen, damit ich euch mal zeigen kann, dass man den auch vielleicht sogar kriegen kann. Ich meine, mir fehlen auch nur noch zwei Dekorationen. Ich würde die jetzt auch so bekommen, aber ja, ich möchte einfach mal zeigen, dass der auch hier drin sein kann. Ich habe den auch schon zweimal bekommen. Ich verlinke dir auch das Video, wo ich das erste Mal gemacht habe. Könnt ihr auch nochmal gerne reingucken. Aber ich mag es auch halt einfach ein paar Kisten zu öffnen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist bei mir drin. Wir machen einfach noch zwei Kisten auf danach, dann bin ich unter 3000. Das passt dann. Oh, da haben wir das schon. Den Frontsänger. Ja, so unwahrscheinlich ist es nicht bei der dritten Kiste, war jetzt bei mir drin. Wir machen jetzt trotzdem noch zwei auf, weil dann bin ich unter 3000. Dann passt das auch so und ja, so bekommt man den Frontsänger. Oh, das Schild, das habe ich noch nicht. Dann haben wir bald hier mein Sammelbuch vollständig. Wäre natürlich geil, wenn wir es jetzt vollständig haben würden. Wir haben es vollständig, Leute. Hä? Wie random ist das denn? Das waren genau die beiden Dekorationen, die mir gefehlt haben. Oh, aber was für ein Zufall. Ja gut, das war natürlich überhaupt nicht geplant. Scheiße. Naja gut, so einfach geht das. Einfach dann die Überraschungsbox oder das Angebot kaufen und dann hat man es geschafft. Ja, das zum Frontsänger. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.